ja liebe leute ein aller herzliches willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem nächsten teil wir haben endlich die gruppe b weg jetzt geht es weiter mit den allrad monstern insgesamt gibt es heute wieder jeweils acht strecken für zwei also australien welts und mein liebling aus schweden ja gehen wir rein wir dürfen heute wieder mit unserem eigenen auto fahren okay geht's los in fitzball mit den ersten vier strecken wenn er mal jetzt ja das geht aber noch okay gehen wir rein auf geht's heute fisch wir ziehen nämlich soweit jetzt erstmal wieder durch wieder 44 und dann also heute vier morgen vier am mittwoch vier und am donnerstag ebenfalls vier strecken die wir zu gesicht bekommen da ich diese woche quasi mit dem stadt dieser woche schon weg bin also seit gestern quasi wegen beruflichen gründen und alles drum und dran nicht zu hause bin kann ich nicht aufnehmen deswegen alles wieder vorbereitet also wenn das eine oder andermal wenn ich sage ich schaffe es einfach nicht videos hoch zu lernen dann könnte es sein dass zumindest sniper elite mal eine kleine pause bekommt dass wir nur mit drei weiteren videos machen das ist jetzt sehr kurzfristig deswegen muss ich jetzt das alles vorbereiten okay gehen wir los legen wir rein doch wir waren noch einen neuen ersatz reifen drin und dann geht's los in den ersten teil wir sollten über verbesserung nachdenken ein sieg hier ist viel wert wir müssen aufpassen dass wir hier nicht zu sehr schneiden dass wir immer nicht gräben landen die letzte woche sehr häufig der fall war links links rechts links 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 Das ist alles halt und einfach gerade. Gut, dass die Strecken relativ kurz sind hier. Wieso? Was ist die Konzentration jetzt gerade? Ich habe aber auch gerade die Scheiße angefangen. Hey, was fahre ich mir gerade da zusammen? Das macht sich unbedingt einfacher gerade alles hier. Ich will den Vorsprung zumindest hier retten. Das wird dann die zweite WP geben. So wird das nicht und wir retten, wenn wir Glück haben, dass sie gerade so ins Ziel haben. Ich meine, mit einer Sekunde. Also, der Auftakt ist schon mal... Naja, sagen wir mal wirklich so gerade noch mal gut gegangen. Super Ergebnis. Gut gemacht. Naja, der zweiten Teil. Gerade so. Naja, sehen wir uns. Naja, ich habe ja auch einen Scheiß zusammengefahren. So, der nächste Teil geht weiter. Also alles kurz... Ah gut, außer morgen. Da kommt ein bisschen was längeres. Längeres. Aber egal. Das kriegen wir schon hin. So. So. Da wird wieder einen Moment. So. Hat schon besser ausgesehen, aber es läuft gut. Ja, komm rein. Zumindest haben wir einen neuen... Wollen wir dieses Mal wenigstens den Reifen reparieren? Ja. Ah. Die Links brauchen wir nicht. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Let's go. Rundern durchsenke. Rechts halben. Lücken. 100. Nachkampf bremsen. Lückenkehren links. In rechts 2 lang. Mach zu. Nicht schneiden. 3. Rechtschneiden. Links halben. Überpuppern. 100. Durchsenke. Mittig halben. Überpuppern. 80. Rechts 4. In links 3. Nicht schneiden. Der Regen macht es natürlich nicht viel einfacher gerade. Ich bin auch fast, dass ich nicht hier jedes Mal irgendwo irgendwelche Abwäschungen rutsche. Jetzt läuft es zumindest ein bisschen besser als eben und kaum sage ich es, ich stehe immer wieder in einer Böschung. Ich bin auch fast, dass ich nicht mehr in einer Böschung. So, dann müssen wir gleich mit dem zweiten Teil auch durch. Jetzt sind wir hier rechts ran. Letzter Abschnitt gleich. Und jagen wir hier gerade durch die Australien. So viel nicht mehr zu fahren. So, dann haben wir das auch geschafft. Teil Nummer 2. Wir haben ein bisschen noch mal verloren, aber wir haben es doch deutlich souveränheit bekommen als vorhin. Als der nächste Strecke. Heide Feuer. Diesmal ist es eine gute halbe Minute. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Der nächste Teil mit 7,24 Kilometern. Der hat etwa 1,5 Kilometer länger ist als das, was wir jetzt gerade gefahren haben. Der vorletzte Teil. So, da gibt es die Reise. Dauert wieder einen kleinen Moment. Und diesmal sind es nur drei, wenn es. Wir sind jetzt in der WP3. So, und weiter geht die Reise. Auf geht's. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. 5 Minuten und 10 Sekunden gibt er uns jetzt vor. 9, 9, 4, 3, 2, 1, los. Links 5, Langbahnzug, nicht schneiden, in rechts. 3, 60, links 2, 60, nicht schneiden, links 3, nicht schneiden. Links 6, in rechts 5, 6, in rechts. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren noch wieder. Ich kettet ja mittlerweile. Langbahnzug, rechts 2, in links 4, Kuppe, nicht schneiden, 60, links halten, über Kuppe, Vorsicht, rechts heiz. In rechts 4, über Kuppe. Links 4, Langbahnzug, nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 60, rechts 5, 80, durch Senke. Links 5, Langbahnzug, nicht schneiden, in rechts 3, links halten. Ich habe Glück gehabt, dass ich hier nicht so weit, so schnell durchgeflogen bin. Mittig halten, über Kuppe, 150, ab und grenzen, auf der Kehre, links. In rechts 2, Langbahnzug, nicht schneiden, in links 3, nicht schneiden, links halten, über Kuppe, runter, durch Senke. Und zwar klar, haben wir auch liegen lassen. In rechts 2, rechts 3, 60, rechts 2. Ja, der Wetterbericht, der, oder das Wetter ist überhaupt nicht unser Freund gerade, es ist sehr, sehr kum, sehr rutschig und sehr schwierig zu fahren, muss man so sagen. Ja, wir machen das Beste draus. Dann sind wir jetzt halt gut gemacht. Nein, haben wir danach noch. Rechts 2, also 4 fahren wir immer pro Tag jetzt. Es geht über die einzelnen Tage immer ein bisschen auf, wenn man sich wieder so vorbereiten will, wie ich. In rechts 4, nicht schneiden, rechts 3, nicht schneiden, in links 2, Langbahnhof. In rechts 4, rechts 3, links 4, mit scho 최iden, in rechts 4, rechts 3, rechts 3, rechts 2, links 3, rechts 2, links halten, über Kuppe, um an 4, rechts 3, rechts 1, links 3. Das hier ist unser links Detail für heute. Wir haben schon bald die 100. Folge durch. Sobald's Jubiläum, ein kleines Jubiläum hier in Dirt 4. Weil diese Truck Turniermodus echt viel Laune gemacht hat damals. Ich hab das hier nochmal einer, äh, das hier nochmal kommt im letzten Teil. Dann bei der Triple Crown. Die war ja bald sehenden zwei, drei Wochen, glaub ich, sehenden. Mit dem Start dann. So, der letzte Abschnitt, dieser WP hier. Und das war WP Nummer 3. Also WP gleich Wertungsprüfung. Beim Ende sind es 23,7 Sekunden. Wir haben guten Vorsprung rausgeholt jetzt. So. Dann sehen wir jetzt gleich noch den letzten Teil. Wir bleiben also auch hier sehr gut dabei. 5,49 Kilometer jetzt nochmal. Also so ähnlich wie das zweite. Und dann den Rest sehen wir dann morgen. stirredran. Wiroma Prosperin. Aber Arena. Und dann können Sie das weiter nachhören. Und dann können Sie Glückwunsch, hat schon besser ausgesehen aber es läuft gut ich muss ihn jetzt abschneid liebe leute links links So, letzte WP hier für heute. Das ist jetzt gerade wahr, weiß ich nicht. So, jetzt fahren wir hier schön durch. Rechts halten, überpuppen, links 4, abzu, in rechts 3, nicht schneiden, in links 4, 60, rechts 3, 60, nicht schneiden, rechts 2, nicht schneiden. Kuppe rechts 4, nicht schneiden, 100, links 2, 90, Kuppe rechts 3, innen halten, nicht schneiden, in links 5, rechts 6, links 2, 60, nicht schneiden, links 3, nicht schneiden, mittig halten, überpuppen. So, 4 Sekunden. Damit haben wir wahrscheinlich verlieren, nochmal einen Teil. Links 5, rechts 6, lang, überpuppen, links 5, 200, senke rechts 5, Kuppe, kehre links, wellen, 60, durchdrucken, links 5, in rechts 4, in links 3, nicht schneiden, in rechts 5, links 4. Und Achtung, rechts 2, überpuppen, in rechts 2, nicht schneiden, 80, durchsenken, links 5, links 5, senke, links 5, links 3, lang, aufzu, überpuppen, links 5, links 6, rechts 6, in links 5, überpuppen, 80, durchsenken, durchdrucken, 80, durchdrucken, 80, durchdrucken. So, das war der Montag, liebe Leute. Wir sind durch für heute. Oder haben wir nochmal verloren? Okay. Ich meine, wir haben gewonnen. Das ist das Allerwichtigste. Gut. Das war's. Liebe Leute, mit dem ersten Teil. Wir sehen uns morgen wieder dann um 40 Uhr, wenn wir dann uns in den zweiten Teil aufmachen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.